Hallihallo, Hallöchen und herzlich Willkommen zurück zu Pass of Exile, Atlas of Worlds. Lock in! Ihr hört, ich bin immer noch echt erkältet und es geht mir wirklich wirklich gut, also nicht wundern, wenn ich denn mal huste, schniefe oder sonst irgendwas. Oder warum ich solche Tränen in den Augen hab zwischendurch, weil dann hab ich einfach mega gehustet. So, wo waren wir? Wir müssen da jetzt hin, ne? Da können wir ein bisschen grinden gehen. Ich glaub, heute wird ne Grinding-Folge. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wieso bin ich hier richtig? Genau, jetzt muss ich da noch weiter. Okay. Wieso bin ich hier? Wieso bin ich hier? Wieso bin ich hier? Okay, kann ich nicht einsetzen. Wieso bin ich hier? Okay, da lang. Wieso bin ich hier? 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 Die Geräusche sind hier? Die Geräusche sind hier? Wieso bin ich 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 hier? Blablab! Blablab! Ich bin verwehrt! Blablab! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich weiß nicht, ob es hier ein Portal gibt. Das würde mich nur aufhören. 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 Dann wollen wir mal. Das würde mich nur aufhören. 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 Sehr schön Okay Gut So, jetzt müsste ich hier weiter, oder? Hey Oder vermutlich auch er da oben Beziehungsweise hier geht es noch weiter runter, ne? Ja Demnach machen wir gleich zusammen weiter Aber ich beende diese Folge erstmal Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag Warum auch immer sie ausgegangen ist Sage hoffentlich bis zum nächsten Mal Eure Thumbletech Bye, bye little baddies